Film? Yo, was geht ab, Leute? Wir sind wieder hier in Köln. Ihr wisst Bescheid. Ich, Jibson, mit meinen Kollegen... Ey, was machst du, Otto? JibsonTV ist wieder hier am Start mit einer neuen Sache. Heute sind wir in Köln mit meinen Kollegen... Der neunzehnte. Der neunzehnte... Auf jeden Fall, heute haben wir eine Sache und zwar... Pass or... Das ist falsch, Bruder. Du musst sagen, smash or pass. Ist doch egal, du Otto, Junge! Ist doch egal! Ist doch egal! Ist doch egal für mich! So, smash or pass! Pass or smash! Ist mir egal! Let's go! Scheiße! So, wir haben hier die erste Kandidatin. Wie heißt du? Mariam. Mariam. Bist du aus Köln? Ja. Wie alt bist du? 18. 18. Okay. Und zwar zwischen uns beiden... Wem würdest du smashen und wem würdest du passen? Let's go! Geh! Hier haben wir die nächste Kandidatin. Wie heißt du? Jessica. Eiche. Eiche. Oh, nice. Okay. Ihr seid aus Köln, ne? Ja. Wer seid ihr? 19. 20. Wow! Okay. So, jetzt müsstet ihr einfach entscheiden zwischen uns beiden. Wie würdet ihr smashen und wie würdet ihr passen? Wir haben hier die nächste. Und zwar die Madeleine. Wie alt bist du? 19. 19. Okay, nice. Du bist aus Köln, ne? Ja, aus Köln. Okay. Yo! Wow, guys! Auf jeden Fall, hier haben wir die nächsten Kandidaten. Einmal die Maria. Steht schon ganz schön hier drauf. Und die Melina. Melina. Okay. Tut mir leid. Wie heißt du? Anna. Anna. Wer bist du? 17. 17. Okay. Yo, was geht ab? Wir haben jetzt die nächste. Wie heißt du? Alex. Alex? Ja. Okay, nice. Bist du aus Köln? Ne, Düsseldorf. Okay, nice. 19. 19? Okay, krass. Und zwar... So, und zwar haben wir die nächsten Kandidaten. Wer ist du? Jenny. Jenny. Agnes. 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 Okay, und zwar müsstet ihr jetzt... Seid straight, keine Sorge. Gut überlegen. Gut überlegen. Riesig. Schau den an, so manchmal schaut mich an. Ey. Ey, das ist schwer. Ja, let's go, let's go. Smashing diese... Ja, du weißt? Ey, ich muss ja nicht sagen. Also... Ich hab's gelaufen. Weißt du... Wir lassen drin. Wir lassen drin. Okay. Fängst du an? Ja. Okay. Ich würd dich smachen und dich passen. Ja, sagen wir mal, smachen, passen. Sorry. Nicht smachen? Ey. Wau guan. Wau guan. Wau guan. Come on. Come on. Let's get a puppet. Nee. Würdest du passen oder smachen? Smachen. Stabil. Stabil. Okay, ey. Was hat der? Ende. Warte, was ist los? Warte, ganz einfach. Okay. 8-2. 8-2. Okay, warte mal. Guck mal, was hat der, was ich nicht habe? Ich. Wirst du jetzt entscheiden, wem würdest du smachen und wem würdest du passen? Mhm. Äh, den würd ich passen? Ha, 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 ha. Aber den würdet ihr ein bisschen kränken. Hey, komm, tic-tac, 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 let's go. Du wolltest reden. Egal. Okay, ich sag aber smash und fest. Okay, okay, ich sag wie. Ah, jetzt eins. Dann sag ich andersrum. Ah, come on. Tschiii. Eine fiese Frage eigentlich. Ja, aber guck mal, sag ehrlich, ne? Ach so, ja. Guck mal, sag ehrlich, ne? Ja. Ja. Beantworte die ganze Sache nach deinem Gefühl. Ja, klar, mach ich auch. Wie fühlst du mehr? Du bist halfgast, das ist doch normal. Du bist halfgast. Ist kein Thema für mich. Ich weiß der Scheid. Okay. Warte. Okay, warte, guck mal. Gib mal die Kamera da und so. Und dann stell uns da hier so. Also, okay, ich sag ehrlich. Ich sag ehrlich, weil, äh, ich mich zu dunkelhäutigem Meer hingezogen fühle, würde ich gypsen sagen. Ha, 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 ha. Oh, hey. Wahne, ah,ley? Wahne, lehm, guck mal. Das Ding ist, ne? Heute hat er dich einen guten Tag. Ich sage dasselbe. Ey. Eine Frage beantworten. Wem würdet ihr von uns beiden... Schaut noch mal. Einmal den, einmal mich. Wem würdet ihr smashen und wem würdet ihr passen? das ist total böse nein, vergisst du die böse nein, ich sag's direkt ich würde smashen, passen tja, ok nach der Tanzeinlage bin ich mir da nicht mehr so sicher ja, ich auch ich guck nicht so traurig schade, tut's mir leid scheiße ich hab immer so ein scheiß Leben wie viel steht es? 10 zu 1? 10 zu 2 okay was hat er nicht? ähm keine Ahnung ist ich mein Typ ja, ich hab eigentlich keinen Typ aber keine Ahnung ja, ich hab keinen Typ aber ich bin nicht ein Typ das heißt nein, ich hab keinen Typ aber er gefällt mir optisch besser er ist nur vom optischen ja, ja charakterlich auch stabil je, je, je ok was war die Sache was bei dem gefehlt hat? nein, also der ist auch cute aber ich weiß nicht ich bin stabil, ne? ja, ja ja, wir müssen uns beeilen ja, ich weiß was geht denn? feiern? nee, wir gehen nicht nur nach Feinden ach so, wir gehen feiern das ist gut was ist denn her? was ist das denn her? weißt du, was bedeutet her? bist du heik? bin ich so stabil? hey? hey? man, der fühlt sich so krass du bist so schüchtern ach so schüchtern? ach so schüchtern? ach so schüchtern? ich? nein, schüchtern? habe ich es gesagt? du fühlt sich so, ne? ich fühle es nicht ich bin es ganz einfach ganz, ganz k*** was ist das so? ich kann ihn nicht aber er trägt auch eine Jogginghose boah guck mal guck mal aha jetzt hast du auch Video ok ich war für dieses Video gar nicht bereit deswegen, nächstes mal wir machen ein anderes Video nächstes mal drehen wir es um bin ich für Jogging und der ist ein bisschen besser besser, ne? ja, also easy kein Thema ja also nochmal könnt ihr nicht Outfits tauschen? jetzt? geh mal mit dieser Schlabberhose aber schau dir mal an weil du hast ja für mich entschieden was hat der er, was ich nein, was hab ich was der eigentlich hat ich weiß nicht du bist, du kommst so offen rüber finde ich ganz bei dir andersrum jetzt er hat sich netter mit mir unterhalten grad noch ich weiß deswegen ja guck mal warte jetzt noch rum guck mal hör zu der junge, ne? warte ganz einfach guck mal der junge, ne? die letzten zwei die letzten zwei Girls hat der immer bevor wir angefangen haben gefragt, wie heißt du? filmst du? ja, ok war das nicht so? hat er dich grad eben gefragt am Anfang bevor wir gedreht haben wie heißt du? und so? ja, ne? ja, siehst du? guck jetzt hier einfach technisch ich weiß das nicht genau easy peasy aber trotzdem kein thema du hätt den Namen nicht gewusst hätte ich nicht vorher gesagt guck mal, mach mal hier ha 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 damit er sich so besser fühlt, ne? ähm was fehlt ihm der arme young? ha 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 ein Bart ha 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 das ist so. okay, warte, nimm. okay, komm, komm mal rein, komm mal rein was wird er redet kaum was soll ich denn was soll ich denn fragen also ich lache mehr das attraktiver besser aus aber ihm fehlt nicht viel ich hab so neun von zehn ja ich würde gerade sagen ich würde sagen sieben oh bro bro calm down calm down wir kommen gleich ein bisschen bonbons und ja leute irgendwie fühle ich mich gut aber auch schlecht also kommen wir haben angefangen wir haben gestartet aber irgendwie liegt bei dem nicht so alles gerade aber ich sag euch selber kummer erst so gut angezogen ungelogen der ist auch auf auf stabil auf so diese chiller 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 wurde aber kein thema die meisten frauen die meisten frauen haben gar nicht mal auf die kunden haben uns gesicht deswegen wurde da keine angst wir haben gesagt bart und so weiß ich mein so dass wir keine angst so das sagt die langer bruder auch bald 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 egal guck mal es wird es wird ein paar zwei geben an die ganzen girls die drinnen einfach in die kommentare schreibt einfach rein wen würdet ihr smashen und wie würdet ihr passen ganz easy und ob es stimmt was er sagt dass auf alle das ist wegen dem outfit ist oder einfach noch wegen gesicht also leute peace out wir sehen uns gerne geschickt raka tatatatata